Das Essen war grandios. Das Essen war spitze. Es ist ein Gedicht und es ist alles sein Geld wert. Bisher war es wirklich ein kulinarisches, großes Erlebnis. Ich habe heute Sachen genießen dürfen, die ich, glaube ich, noch nie im Leben hatte. Das Besondere an den Fine Food Days ist, dass viele Leute zusammenkommen und ihre Kreationen zeigen. Kein anderer kann sich ganz alleine so präsentieren, wie wir uns heute präsentieren. Es ist was ganz Außergewöhnliches, mal was ganz anderes. Ich bin echt überrascht, was es in Köln gibt. Das ist ein Juwel in Köln. Wir werden es definitiv nochmal tun. Es hat Appezid gemacht auf mehr. Und wir kommen bestimmt nächstes Jahr wieder. Und es gibt schon Tickets für die Eröffnungsveranstaltung. Köln ist lecker und Köln ist nicht erfüllt. Köln ist lecker und Köln ist lecker und Köln ist lecker.